Peter Altenberg, Matura. Interessiert es Sie, dass ich bei der Matura im Wiener Akademischen Gymnasium für meinen Aufsatz, inwiefern ist Iphigenia von Goethe ein deutsches Drama ganz ungenügend erhielt? Sie glauben doch hoffentlich nicht, dass ich heute nach 40 Jahren nicht bei diesem Thema durchfiele. Denn Iphigenia gefiel mir aufrichtig. Aber inwiefern? Interessierte mich nicht. Nach einem halben Jahre musste ich im Theresianischen Gymnasium die Prüfung wiederholen. Das Thema des deutschen Aufsatzes lautete diesmal Einfluss der Entdeckung Amerikas auf die Kultur Europas. Ich schrieb nach längerem Nachdenken das gewichtige Wort Erdäpfel. Untertitelung des ZDF, 2020